Wir reißen das hier jetzt gleich alles Stück für Stück ab, aber wirklich Stück für Stück, weil ich hatte schon mal ganz schlechte Erfahrungen damit, auf einmal ganz, ganz viel abzureißen. Dann ging plötzlich nicht mehr so viel. Sollte zwar mittlerweile behoben sein, aber sicher ist sicher an dieser Stelle. Wow, also der hat hier echt ganz schön viel auf Stahl gesetzt. Also komm, wir probieren das jetzt hier einfach mal. Okay, ja, das hat funktioniert. Habe ich jetzt auch was? Ah, schau mal, ich kann hier diese Straßen innerhalb der Stadt auch noch platt machen. Möchte ich jetzt aber nicht, natürlich. So, dann machen wir das hier jetzt auch platt. Was hat der denn hier oben so gebaut eigentlich? Kunstharz. Binäres Quarktor. Hä? Habe ich das alles mal erforscht? Nein. Aber scheinbar dadurch, dass ich sein Zeug aufgekauft habe, habe ich wohl auch die Technologien mit dazu bekommen. Weil an den Goldrad kann ich mich nicht erinnern, dass ich den jemals erforscht hätte. Also es scheint wohl wirklich so zu sein, dass wenn du was aufkaufst, dass du auch die dazugehörige Forschung bekommst. Das finde ich jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Was macht dir Sinn, ne? Was willst du mit Produktionen anfangen, die du nicht erforscht hast? Find ja auch nichts. So, das hier alles abreißen. Meine Güte, was hast du denn da alles nur gebaut? Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Ich muss gestehen, ich hatte jetzt wirklich, ehrlich gesagt, mit Problemen gerechnet, wenn ich jetzt das hier aufkaufe. Ich meine, ja, mittlerweile haben wir das ja schon released. Man kann es kaufen und und und. Aber Fehler gibt es immer und überall. Und gerade bei solchen Spielen ist es halt dann sehr, sehr ärgerlich, wenn dann alles zusammenbricht. Deswegen, du kannst immer wieder einen neuen Safe laden. Aber trotzdem, es wäre sehr ärgerlich, wenn aufgrund eines riesigen Kaufs einiges kaputt geht. So, das hier machen wir jetzt hier auch mal alles platt. Der hat hier wirklich jede Menge Ressourcen gehabt. Wir probieren das jetzt hier einfach mal. Das wird schon gut gehen, hoffe ich. Aber ja, es sieht gut aus. Wir können das hier wirklich gefahrlos einreißen. So, der ganze Abriss hat mir natürlich wiederum Geld gebracht. Im Firmenwert bin ich natürlich auch wieder gesunken. Ist ja klar, weil mir jetzt ja die ganzen Gebäude fehlen. Das ganze Kapital ist quasi aufgelöst. Das gibt es nicht mehr. Darum bin ich jetzt nur noch 86 Millionen Dollar, schwer gerade eben waren es ja noch 112, wieder auf einer Ebene mit der Interstellar Products. Und ich bin mal gespannt, wie die jetzt reagiert. Was macht sie denn noch? Sie hat schon lange nicht mehr versucht, ein Kaufangebot abzugeben. Wahrscheinlich ist ihr das mittlerweile zu teuer geworden, hier ein Angebot abzugeben. Und wir können mal schauen, ob wir hier das einsehen können. Nein, leider nicht. Leider sehen wir nicht, wie viel Wert diese Region ist. Wenn wir da beim Gegner hingehen, dann sehen wir ja sofort quasi, was der Wert ist. Hier 30 Millionen, um das hier aufzukaufen. Bei uns sehen wir das leider nicht. Ja, lassen wir uns überraschen, welchen Weg die Interstellar Products noch gehen wird. Wir gehen jetzt erstmal unseren eigenen Weg, indem wir anfangen, die Hilfsarmverlängerungen herzustellen. Wir haben hier Ambition, die Stadt oder Ambition, ich nenne es jetzt einfach weiterhin Ambition. Die hätte gerne 4 Hilfsarmverlängerungen in 15 Tagen. Da wir aber eine 30 Tage Produktionszeit haben, rechne ich das jetzt hier natürlich wieder auf. Dann wären wir bei 8 Einheiten pro 30 Tage. Das heißt, wir hätten 8 Robotik Fabriken, die hier diese Verlängerungen herstellen. So, und wo stellen wir die jetzt hier hin? Am besten, also 8 Stück habe ich gesagt. Dann stellen wir jetzt hier einfach mal 1, 2, 1, 2, 3, 4 und dann stellen wir jetzt hier noch 5, 6. Ach, das war jetzt falsch platziert. Jetzt wären wir dann bei der 8 und natürlich habe ich wieder vergessen, einfach zu klonen. So muss ich jetzt das hier alles manuell umstellen auf die Hilfsarmverlängerungen. Das ist immer ein bisschen nervig. Das wäre für euch cool, wenn man eine Möglichkeit hätte, mehrere gleiche Gebäude zu markieren und dann für alle mit einem Schlag die Produktion umzustellen. Das wäre toll. Ich glaube nicht, dass das hier geht, geschweige denn, dass wir hier irgendwas markieren können. Mit gedrückter Maustaste, das geht nicht. Dann terraformen wir das hier mal noch. So, das heißt jetzt, wir haben jetzt 8 Fabriken. In 30 Tagen brauchen die jetzt 8 Kernkraftzellen. 8 Kernkraftzellen. So, 8 Kernkraftzellen. Wiederum wären das 8 Hauptkomponentenfabriken. Können wir mal schauen, wir brauchen Thorium, Gold, Stahl, und Titan. Was habe ich denn hier? Da habe ich Gold. Titan. Okay. Dann haben wir hier doch die Hauptkomponentenfabriken noch hin. Ich versuche quasi die Fabriken immer in der Nähe der Ressourcen zu halten. Was habe ich gesagt? 8 braucht man davon. Moment. Einmal kurz umstellen auf Hodagrium. Also da brauchen wir wirklich auch wieder sehr, sehr viele Fabriken. Dann machen wir 2, 3, 8. Ach, so. Das wären jetzt die 8 Fabriken, die Hodagrium herstellen. In 30 Tagen. Dann haben wir die jetzt schon mal platziert. Das heißt, wir brauchen jetzt 8 Gold. Kein Problem. Gold braucht 15 Tage zum Abbauen. Das heißt, bei 4 Sammlern sind wir auch wieder bei 8 angekommen. Also 1, 2, 3, 4 hat sich das erledigt. Titan war hier drüben. 1, 2, 3, 4. Und jetzt da, da brauchen wir auch nochmal 8. Auch hier gelten die 15 Tage zur Produktion. Also brauchen wir jetzt hier dann 8 Sammler oder 8 Erntter. Und ich glaube, ja, hier verzichte ich jetzt, glaube ich mal, dass hier irgendwie in die Städte so ein bisschen... Ja, wobei, versuchen wir es mal. 1, 2, 3. 4. 5. So, das wären die 5 Sammler oder Erntter. Ich komme immer durcheinander mit der Begrifflichkeit hier. So, die Straße. Muss man das hier noch alles verbinden natürlich. Wo ist denn hier? Ach, da. Okay, das ist gemein. Das sieht man fast gar nicht. Und jetzt brauche ich noch 3 weitere. Oder, was wir auch machen können, da habe ich jetzt auch nicht dran gedacht. Bevor ich jetzt hier nochmal einen Ruinplünderer baue, gehen wir auf 4 und erhöhen die Produktion auf 200, denn Verschmutzung wird hier eh nicht generiert. Das ist bei der Welt hier vollkommen egal. Das ist eh schon so verschmutzt. Da können wir ruhig noch mehr in die Luft pumpen. Wir sehen das hier. Verschmutzung generiert. 0 pro Tag. Egal, was wir machen. Also machen wir jetzt hier dann auch 8 draus. Könnten wir natürlich mit dem Gold hier oben auch wiederum machen, dass wir das wieder reduzieren und einfach die Effizienz erhöhen. Wobei das hier aber egal ist. Mir ging es jetzt nur darum, dass ich hier unten nicht noch mehr Gebäude hinstellen möchte. Dann wäre das Hodagrium eigentlich schon fertig. Jetzt müssen wir nur noch ein Lagerhaus bauen, wo das ganze Zeug hier reinkommt. Und auch hier müssen wir ein bisschen wieder achten auf die Ziele. Ich stelle das lieber gerne auf manuell, damit das dann auch alles seinen rechten Weg findet. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier organisieren, den Verkehrsfluss. Die allerweise, glaube ich, machen wir das hier so. Und dann können sie... Ah, warte. Wir müssen natürlich schon schauen, dass die auch wieder zurückkommen. Dann verbinden wir das noch so. Und dann machen wir hier einfach eine stinknormale Straße hin. Warte, das machen wir so. Und du da oben bringst dein Zeug dann auch noch hier rüber. Und zwar... Ach, du darfst durch den Tunnel fahren. Warum nicht? Das schaut doch auch schön aus. Ach, das kann ich euch gleich noch zeigen. Ich habe schon sogar einen Tunnel verwendet mittlerweile. Straßentunnel. Und dann bauen wir das hier hin. Das sollte funktionieren. Dann bringen wir dein Stuff hier rüber. Auch du als Goldmine bringst dein Stuff hier rüber. Und der Ruinenplünderer bitte auch. Wunderbar. Jetzt wird das Houdacrium schön hergestellt. Dann nächster Schritt. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen die Thoriumstangen. Und da brauchen wir jetzt auf die Kernkraftzellen. Habe ich jetzt nicht geachtet. Warte mal, wie viele brauche ich da nochmal? Acht Stück haben wir, glaube ich, gesagt. Houdacriumstangen. Acht Hilfsarmverlängerungen bedeutet acht Kernkraftzellen in 30 Tagen. Genau. Das wiederum heißt acht Thoriumstangen. Aber Thoriumstangen werden zwei pro Zyklus produziert. Das können wir also teilen durch zwei. Dann wären wir bei vier Hauptkomponenten Fabriken. Vier, aber wir brauchen wieder zwei Thorium. Also vier mal zwei sind wieder acht. In 15 Tagen. Aber wären das dann wieder vier. Also reichen uns vier Erntel für Thorium. Wo haben wir Thorium? Ich glaube hier. Ach, perfekt. Ist ja alles fast hier in der Nähe. Sehr schön. So, habe ich jetzt richtig gerechnet. Warte mal. Also acht Thoriumstangen. Sind vier Fabriken. Vier Fabriken brauchen in 30 Tagen acht Thorium. Ja, passt. Passt. Sehr schön. Dann die Stangen stellen wir auch in eine Hauptkomponentenfabrik her. Und die stelle ich jetzt einfach mal hier oben hin. Vier Stück, habe ich gesagt. Thorium. Thorium. Thorium und Thorium. Wow, hätte nicht gedacht, dass das jetzt plötzlich so schnell geht hier alles. Das stellen wir dann wieder hier oben hin. Dann wieder Einbahnstraßen. Ich liebe Einbahnstraßen. Das ist eigentlich so cool, das System. Wobei es... Warte mal. Komm, wir machen das mal so. Ich glaube, hier tut es jetzt nicht mehr so viel zur Sache, weil... Ich habe es ja schon, ich glaube in der letzten oder vorletzten Folge erklärt. Wir haben ja kaum noch Verkehr, weil dadurch, dass wir kaum Depots haben und zwischen den Depots und dem Lagerhaus eh schon kein Verkehr mehr stattfindet mit den ganzen LKWs, ist das alles wesentlich entspannter mittlerweile. Hier auf Auto stellen. Bitte alles hier in das Lagerhaus bringen. Ihr holt euer Zeug hier dann ab. Und dann müssen wir jetzt nochmal eine Fabrik hinstellen für die Kernkraftzellen. Acht Stück. In der Hauptkomponenten Fabrik des Heils. Aber das lasse ich, glaube ich, woanders produzieren. Jetzt nicht unbedingt in der Nähe. Ich möchte das jetzt auch nicht so zu klatschen. Dass wir vielleicht sagen, wir fliegen die Thorium-Stangen von hier und hier, weiß ich nicht, darüber. Das können wir machen. Machen wir ein bisschen was platt hier. Oh. Ja, ich vergesse es immer, dass dann noch eine Abfrage kommt. Darum drücke ich immer schon auf die rechte Maus, damit ich nicht mehr terraforme. Acht Hauptkomponenten waren das, oder? Ja. Acht Hauptkomponenten. Dann haben wir hier eins, zwei, drei, vier. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, was die Effizienz erhöht oder sonst irgendwas, haut es ruhig raus. Ich bin für alles offen. Manchmal ist man ja in so einem Tunnel gefangen und denkt sich, so wie ich das mache, das passt schon, das funktioniert. Aber manchmal sieht er in Außenstehender dann doch noch mal so ein paar hilfreiche Sachen. Gut, hier machen wir das Ganze jetzt mit Luftfracht, dass da auch mal ein bisschen mehr los ist, würde ich sagen. Wir stellen das hier noch um auf Kernkraftzellen. Kernkraft, Kernkraft und Kernkraft. Also es ist schon der Wahnsinn tatsächlich, mit welchen riesigen Schritten ich gerade auf dem Weg zum Prototypen bin. Ich meine, ja gut, okay. Riesige Schritte ist vielleicht ein bisschen übertrieben in Anbetracht dessen, was wir noch alles bauen müssen. Aber, wenn wir das jetzt hier mal stehen haben, mit den Hilfsarmverlängerungen, dann ist es ja nur noch ein leichtes, das mit den Lasern zu kombinieren. Und dann hätten wir schon die zwei Komponenten für das Laser-Kontrollsystem fertig. Also das geht jetzt hier Schlag auf Schlag, sage ich euch. So, was ist hier? Euch fehlen noch Ressourcen. Achso, ja gut, klar. Das dauert jetzt noch einen Zyklus. Und dann brauchen wir jetzt hier auch einfach wieder Luftfrachtdepot. Dann könnt ihr jetzt nämlich die Thoriumstangen. Das dürfte Stufe 1 sein. Genau. Das bitte darüber bringen. Gleich umstellen auf Benutze Luftschifframpe. Diesmal habe ich es nicht vergessen. Und hier machen wir jetzt dasselbe. Dort transportieren wir jetzt das Hodagrium. Dann auch hier rüber. Wundervoll. Okay, das wäre schon mal geschafft. Jetzt ist nur die Frage. Jetzt verkaufen wir nämlich erstmal die Kernkraftzellen, damit wir nochmal mehr Geld machen. Die Frage ist, wer braucht Kernkraftzellen? Dafür schauen wir nochmal in den Geschäftsüberblick. Vielleicht zählen wir da ja jemanden. Distrikt 2. Ja, Distrikt 2. Tatsächlich am anderem Ende. Das können wir machen. Wie bereut ich denn 2, 4? 4 Kernkraftzellen in 30 Tagen. Gut, wir produzieren natürlich mit 8 jetzt ein bisschen zu viel. Aber das macht nichts, glaube ich. Das machen wir. Komm. Hauen wir mal die Kernkraftzelle nach Distrikt 2. Das hilft ja Distrikt 2 wiederum ja auch, um zu wachsen. Dürfte bald eh soweit sein, oder? Ich denke mal, mit ungefähr 5 Millionen könnten wir einen nächsten Schritt sehen, bei Distrikt 2, dass die mal wachsen wollen. Utopia hingegen. Gut, da werden wir nicht mehr viele Möglichkeiten haben. Die wird jetzt dann noch zur Megalope aufsteigen. Und dann gibt es halt einfach noch den Ausstellungsraum und fertig. Das ganze Geld, was wir durch die Abrissarbeiten bekommen haben, ist jetzt erstmal wieder weg. Wir haben hier natürlich auch Fabrikkern derzeit stehen, die eigentlich noch gar nichts leisten. Darum deaktiviere ich die jetzt hier auch mal. Kostet ja trotzdem Geld, auch wenn die nur rumstehen. Aber dann haben wir das schon mal vorbereitet. Denn jetzt haben wir die Kernkraftzellen fertig. Das heißt, wir müssen uns jetzt nur noch hier um den Mechanismus für Cyberklebmaßen kümmern. Der wiederum braucht Antriebe und Stahlstreben. Die Antriebe produzieren wir ja schon. Und zwar hier unten. Und die Stahlstreben, die sind ja recht easy hergestellt. Für die brauchen wir, wie es der Name ja schon sagt, nur Stahl. Die Antriebe hingegen, die brauchen ein bisschen mehr. Die brauchen hier Titan und Gold. Also das produzieren wir hier unten. Und könnten wir dann von unten nach hier oben, ja, ich würde sagen, mit dem Flieger machen, oder? Flieger oder nicht? Doch mal zu, dass wir den auch mal kennenlernen. Na, schauen wir mal. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir als nächstes den Mechanismus hier herstellen. Bei acht Fabriken. Für die Armverlängerung brauchen wir acht für den Mechanismus für Cyberklebmaßen. Und da überlege ich, ob ich das nicht hier einfach dazu haue. Das können wir machen. Also das möchte ich jetzt eigentlich nicht noch mehr auseinanderreißen. Ich glaube, das passt, wenn wir das hier auch hierhin bauen. Und dann, wenn wir das hier auch hier haben.